Hallo und herzlich willkommen auf Slutty Zockt. Slutty Zockt will in erster Linie unterhalten. Zum Relaxen anregen, einfach das Leben entschleunigen. Nicht der schlechteste Ansatz in unserer schnelllebigen Zeit, wie ich finde. Ich biete Videos zu Gesellschaftsspielen wie Mühle, Dame, Begemmen und andere mehr. Die von früher üblichen Brettspiele, nur jetzt online gezockt. Ich mag verschiedene Quizarten. Ihr findet das obligatorische Wer wird Millionär? Oder einfacher nur mal ein Quiz zum Allgemeinwissen oder Flaktenkunde auf meinem Kanal. Für mein Leben gerne löse ich auch Kreuzfahrträtsel. Zwar nicht immer erfolgreich, aber immer mit Spaß. Ihr könnt miterleben, wie ich es hoffnungslos verkacke oder überraschend durchstarte. Slutty Zockt.